Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake und nachdem wir wieder obligatorischerweise mit der Seilbahn abgestürzt sind, sind wir nun am Cauldron Lake und wir werfen einen Blick auf dieses Schild. Und das lese ich jetzt nicht alles. Oh, komm, was soll's? Wir haben ja Zeit. Cauldron Lake ist der acht tiefste See der Welt und ein Calderous Sea, der sich in einem Vulkankrater gebildet hat. Der Vulkan kann als aktiv eingestuft werden, ist jedoch seit dem vulkanischen Erdbeben von 1970 nicht ausgebrochen. Es war auch eben jenes Beben, glaube ich, bei dem das Haus in dem Cauldron Lake versunken ist. Mein ich, mit Thomas Zane und seiner Frau, Freundin, wie auch immer. Doch selbst dann war die unterirdische Aktivität vergleichsweise gering. Es entstand zwar Sachschaden, Todesopfer, gab es jedoch keine. Cauldron Lake ist einer der schönsten Plätze in der Gegend von Bright Falls und um ihn ranken sich viele Sagen und Legenden der Einheimischen. Der See ist ein beliebtes Erholungsziel für Bewohner des Gebirges. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt weiter zum Mirror Peak Aussichtspunkt. Den wir wahrscheinlich auch hoffentlich irgendwie bald mal erreicht haben. Ja, natürlich, genau. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen... Es wurden so ein paar Klischee-Elemente ausgegraben, glaube ich. Na ja, komm. Na ja, komm. Na ja, komm. Na. Weil es war doch wahrscheinlich jetzt jedem klar, dass wir diese... dass wir diese Brücke nicht ohne Probleme hätten überqueren können. Natürlich nicht. So. Ich bin mal gespannt, wie weit es noch ist bis zum Mirror Peak. Denn so gefühlsmäßig würde ich sagen, wir müssten eigentlich bald da sein. Weil das auch irgendwie... Ah, ich wollte auch meinen, das ist doch bestimmt hier irgendwo wieder so ein gelbes Pfeilchen. Ja, da, schauen wir doch mal rein. Eine Leuchtpistole haben wir noch mitgenommen. Und nochmal Munition. Jetzt haben wir jetzt einen neuen Schuss. Trotzdem wechsel ich lieber erst nochmal auf den Revolver. Denn das verbraucht nicht so viel Munition. Also so viel wertvolle Munition. Wir nehmen diese Manuskriptseite. Mott hatte alle von Stuckys Miethütten überprüft. Nirgendwo eine Spur der Wakes. Es war dunkel, als er ihren Wagen am Ende der Straße am Cauldron Lake fand. Das ergab keinen Sinn. Sie mussten falsch abgebogen sein, aber es gab keine Spur von ihnen und der Wagen stand dort schon seit Stunden. Mott stand frustriert auf dem Überrest der Fußgängerbrücke, die einst zur Divers Isle geführt hatte, bevor sie versunken war. Der Boss würde nicht erfreut sein. Ja gut, dem armen Stucky sind wir ja bereits begegnet in der ersten Episode von Alan Wake. Also in dem Spiel Episode, nicht der ersten Folge, sondern der ersten Episode. Und der wurde ja dann auch nachher von der Dunkelheit besessen, denn uns diese Dunkelheit hatte uns ja abgegriffen im Diner. Und hatte uns ja statt zu Stuckys Hütte, zum Cauldron Lake, zum Divers Island geschickt. Wo dann auch prompt der ganze Schlaven-Muzzle hier begonnen hat. Und deswegen sind wir ja auch auf dem Weg zum Mirror Peak. Jetzt muss ich hier durch die Bergruine. Ach, das ist toll. Da sieht es so aus, ob gleich wieder Gegenstände nach uns geworfen werden und die Dunkelheit uns begegnen wird. Und das ist ja eine Thermoskanne. An die wir natürlich jetzt im Moment nicht herankommen. Wir müssen mal gerade schauen, wo wir hier reinkommen irgendwie. Das hier? Ne, hier ist nur... Ne, da geht es nicht lang. Von hier kommen wir. Ach, natürlich durch den Keller. Ich gehe auch immer in irgendwelchen gruseligen Bergruinen. Gehe ich natürlich auch in den Keller, weil das immer so wahnsinnig gemütlich ist. Okay. Tom, 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 Tom. I miss you, Tom, Tom, Tom. Tom, Tom, Tom. I miss you, Tom. Did you write this? You talk to me on TV. Tom, Tom. Das klingt ja so ein bisschen nach Thomas... Ja, hier. CV und die TZ Thomas Rain. Äh, Thomas Zane. Und diese Frau, die im Cauldron Lake ertrunken ist. Das hat die die ganzen Nachrichten hier geschrieben. Komisch. Auf jeden Fall wird das alles gerade irgendwie ziemlich mysteriös. Weil ich frage mich im Prinzip schon seit dem ersten Auftauchen, wer diese seltsame gelbe Schrift hier hinterlassen hat. Und was das hier alles zu bedeuten hat. Ah ja. Es bricht gleich wieder unter meinem Arsch zusammen. Ich weiß es doch jetzt schon. Aber wir nehmen erst noch hier die ganzen Leuchtfackel mit. Okay. Sind wir hier oben auf dem Dach? Uah. Ich wusste es doch, dass hier irgendwas zusammenbricht. Ich bin hier oben auf dem Dach. So. So, jetzt haben wir noch einen. Ja, ähm, es war gerade mal ein bisschen knifflig, deswegen mal ein bisschen geschwiegen, ausnahmsweise. Und jetzt versuchen wir das nochmal. Und das war so offensichtlich, dass da irgendwas zusammenbricht. Ach Gott. Das Spiel ist manchmal dann doch sehr berechenbar. Naja, macht ja nichts. Dann können wir hier die Schrotflinten-Munition noch mitnehmen, die wir im Moment sowieso nicht haben, weil wir haben hier ein Jagdgewehr dabei, statt der Schrotflinte oder der Pumpgun. Aber nun gut. Versuchen wir das nochmal. So, das klappt ja schon gleich viel besser. So, jetzt hier raus. Eben was verschnaufen und dann geht es hier weiter runter. Jetzt habe ich die Blendgranaten ausgewählt, sehe ich da gerade. Habe ich das absichtlich gemacht? Ne. Dann kommen wir hier noch eben die Thermoskanne. Und dann schauen wir mal, wie es hier weiter geht. Weil wir müssten doch eigentlich schon irgendwie bald mal an diesem... An dem... Aussichtspunkt müssen wir doch schon irgendwie bald mal sein. Ich sah den Cauldron Lake. Mir kam es vor, als würde ich sehen, wo die Insel und die Hütte mal waren. Ich erkannte ein Licht. Das musste ein Boot sein. Ich meine, ich sage das jetzt schon, glaube ich, seit vier Folgen oder drei Folgen, dass das irgendwie mal langsam mehr da sein müssten, aber irgendwie... Naja. Ich war nah dran. Ich musste schnell dorthin. Ich fürchtete, das Schlimmste vorzufinden. Aber erst schauen wir nochmal auf unsere Manuskriptseiten. Wake wacht in der Lodge auf. Ich versuchte, Alice festzuhalten, doch ihre Form löste sich auf. Ich verlor die Kontrolle. Dr. Hartman stand nun dort an ihrer Stadt. Ich wollte ihn schlagen, doch meine Arme waren aus Pudding. Er lächelte. Ein beruhigendes Lächeln und ich hasste ihn dafür. Ich musste ihnen ein Beruhigungsmittel verabreichen. Wehren sie sich nicht dagegen. Sie hatten wieder eine heftige Phase. Es ist jetzt wichtig, dass sie ruhig bleiben. Wir wollen doch nicht, dass sie noch einen Schub bekommen. Sie sind Patient in meiner Klinik. Und das schon eine Weile. Okay. Vielleicht ist das auch alles nur ein Ausdruck von irgendeiner Wahnvorstellung, die uns dieser Doktor da injiziert hat, sozusagen. Hey, ich bin hier. Ich komme. Nein, weg von mir. Tut mir leid. Bitte. Der Boss hat nicht gewusst, mit wem er sich anlegt. Ich hab's nicht gewusst. Ich schwöre es. Ich hab's nicht gewusst. Wir haben seine Frau nicht. Wir wissen nicht mal, wo sie ist. Die ist vermutlich ertrunken. Wir sind die Wir sind wunderschön. Wir sind in der demonen. Wir sind in der demonen. Wir sind in der demonen. Oh, oh, oh! Untertitelung des ZDF, 2020